Herzlich willkommen zurück, wie ich finde, zu einem sehr spannenden Thema. Ich habe es eben schon mal kurz getriggert. Es geht um die Frage der Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, die Rolle von KI-Startups beim Technologietransfer. Und ich habe eben schon die erste Seite der Folien von Dr. Tina Klüver gesehen. Das verspricht einiges. Sie ist promovierte Computerlinguistin. Sie ist anerkannte Expertin, Managerin und technische Botschafterin für das Thema KI und dessen Umsetzung in die Wirtschaft. Und das tut sie, indem sie unter anderem das AI-Projekt von Science and Startups leitet, dem Verbund von Startup-Services der Berliner Hochschulen und der Charité Universitätsmedizin. Sie ist außerdem Mitglied des Vorstandes des KI-Bundesverbandes. Sie ist Vorsitzende des Beirats Technologische Souveränität beim BMBF. Und neben vielen anderen Dingen war sie auch noch sachverständiges Mitglied der zweijährigen Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages für KI. Insofern höre ich jetzt besser mal auf und gebe direkt für die nächsten intensiven Speed-Dating fünf Minuten an Tina Klüver weiter. Und danach unterhalten wir uns in der Tiefe. Und Ihre Fragen sind wie immer herzlichst willkommen. Tina. Ja, ganz herzlichen Dank. Auch herzlich willkommen von mir. Ich freue mich, heute hier dabei sein zu können. Ich spreche heute zum Thema Forschungstransfer und ganz speziell zu den Bedürfnissen von künstlicher Intelligenz und Entrepreneurship und wie wir das zusammenbringen können. Kurz noch mal zu mir und meinem Background. Wir haben ja eben schon eine tolle Einführung gehört. Vielen herzlichen Dank dafür. Nochmal ganz kurz. Science and Startups wurde eben erwähnt. Es ist ein Zusammenschluss der Gründungszentren der Berliner Universitäten, die als vier große Institutionen nochmal eine Initiative gestartet haben, um speziell Gründungen im Bereich künstliche Intelligenz zu fördern. Wir sind ein ganz junges Projekt, aber sind schon mit voller Elan dabei. Und unser Ziel ist es, halt in Berliner Kreis, Umkreis und Region mehr Gründungen aus den Hochschulen im Bereich künstliche Intelligenz zu schaffen und Gründe auch optimal zu unterstützen. Sprich, optimal auch zu mit Services zu versorgen, die sie weiterbringen, die sie wachsen lassen. Warum machen wir das? Das ist kein Selbstzweck an und für sich, auch obwohl ich sagen muss, natürlich, ich bin selber Gründerin. Ich habe ein KI-Unternehmen hier in Berlin selber gegründet und sieben Jahre geleitet. Mir liegt was an dem Thema, das ist ganz klar, aber es geht da auch um mehr, denn Forschungstransfer ist ein Riesenthema. Wir müssen schauen, dass wir Ergebnisse der Forschung aus den Hochschulen auch wieder zurückfließen lassen in Gesellschaft und Wirtschaft. Forschung, Grundlagenforschung mag Selbstzweck an sich sein, aber weiterführende und angewandte Forschung ist es nicht. Wir müssen hier der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und die Idee, die dahinter steht, ist mannigfaltig man kann mehrere Wege gehen, man kann beispielsweise Patente verwerten, man kann Projekte machen mit der Industrie, aber wir sehen auch, in Deutschland hinkt das Thema leider immer noch ein bisschen hinterher. Wir haben also, wenn man so möchte, den Elefanten in der Forschung und die Maus in der Vermarktung. Viele von Ihnen kennen vielleicht den MP3-Schock, eine Erfindung hier in Deutschland getätigt, anderswo groß vermarktet. Und das ist nicht die einzige Situation, in der uns das passiert ist in der Vergangenheit. Wir haben leider immer wieder Situationen, in denen wir eine wunderbare Forschung machen, exzellente Forschung machen, tolle Ergebnisse haben, sie aber nicht transferiert kriegen und auch nicht wirtschaftlich so verwerten können, wie wir uns das wünschen würden. Dazu noch mal ganz kurz ein paar Zahlen hier. Also Deutschland gehört, das ist international anerkannt, zu den größten Wissensproduzenten weltweit, rangiert aber trotzdem nach Ermittlungen der EU-Kommission nur auf Platz 18 von 27 EU-Staaten und im internationalen Vergleich sieht das noch ganz, ganz anders aus. Wir werden da mit der Vermarktung, kommen wir noch mal weiter nach hinten auf einen der letzten Plätze. Dabei haben wir einen unglaublichen großen Anteil an der Produktion von Wissen weltweit. Also da sind wir mit Europa in Europa führend. Das Ganze betrifft jetzt künstliche Intelligenz noch mal in einem ganz besonderen Rahmen. Wir haben hier noch mal zwei Zahlen, wie die zeigen können, wie die Entwicklung zwischen KI-Forschung und Unternehmen im Moment bestellt ist. Da sehen wir, wir sprechen hier von noch nicht mal 4 Prozent, die KI-Publikationen in Deutschland, die zwischen Industrie und Forschung, akademische Forschung gemeinsam getätigt wurden. Noch nicht mal 4 Prozent. Das ist also marginal. Die Forschungsergebnisse kommen größtenteils weiterhin aus der rein akademischen Welt. Das Gleiche haben wir leider auch immer noch bei Patentanmeldungen. Wir reden hier über noch mal gerade mal so 1,5 Prozent KI-Patentanmeldungen. Also auch da die Verwertung noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Warum sprechen wir über Patente und über andere Forschungsprojekte? Um auch eine weitere Säule des Transfers zu zeigen, nämlich Startups. Natürlich müssen wir diese Zahlen steigern, das ist ganz klar. Aber wir haben auch eine weitere wichtige Säule des Transfers und das sind eben Gründungen. Ausgründungen aus den Hochschulen, die Ergebnisse aus der Forschung in innovative Geschäftsmodelle überführen. Und das lohnt sich. In einer Umfrage des deutschen Startup-Monitors haben beispielsweise 76 Prozent aller befragten Startups gesagt, dass sie die Nähe zu Universitäten als sehr positiv bewerten. Das ist der höchste Wert von allen Kriterien, die zur Auswahl standen, die zu helfen, eine Gründung zu forcieren. Also Nähe zu Universitäten wird von Gründen als sehr hilfreich wahrgenommen für die Gründung eines Unternehmens. Und Hochschulen und Forschungseinrichtungen stärken jetzt schon das KI und das sonstige Startup-Ökosystem. Jede vierte Gründung stammt aus einem Hochschulkontext. Das heißt, hier tut sich schon deutlich mehr, deutlich mehr als bei Patenten und auch deutlich mehr als gemeinschaftlichen Forschungspapierien und Publikationen. Trotz alledem ist es immer noch steigerungswertig. Wir haben also, wenn man sich das mal anschaut, aus dem letzten Jahr ungefähr 67 Prozent Gründungen, 70 Prozent, die nicht aus dem Universitätskontext kommen und nur der Rest hat in irgendeiner Form mit der Universität zu tun oder mit der Hochschule, kommt also entweder direkt als Ausgründung aus der Hochschule oder ist in irgendeiner Form assoziiert mit einer Hochschule. Also auch hier, obwohl die Zahlen schon besser sind als bei der sonstigen Verwertung, noch ganz klar Luft nach oben, aber ein ganz, ganz wichtiger Player im Bereich der Verwertung von Forschung sind Gründungen. Was kann das Ganze jetzt bedeuten? Wie kann man das noch steigern? Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie schaffen wir es, dass Unternehmensgründungen auch aus dem Hochschulkontext noch mehr werden und auch erfolgreicher werden? Und aus meiner Sicht ist in diesem Kontext ganz, ganz entscheidend, dass die Universität die Möglichkeit einer Gründung in der Ausbildung direkt mit berücksichtigt. Natürlich haben wir die Bildung des neuen akademischen Nachwuchs als große Aufgabe der Universitäten, aber Universitäten sind inzwischen breiten Edukation, das heißt, da können wir nicht aufhören. Wir müssen den ganzen Bereich Entrepreneurship, Unternehmensbildung als potenziellen Karriereweg in die Lehre mit reinnehmen und da auch immer wieder auf die Möglichkeit Aufmerksamkeit machen, dass es diesen Weg gibt. Die meisten Gründungs-, die meisten Universitäten haben jetzt schon Gründungszentren, das heißt, sie bieten da schon Know-how an, sie bieten da Hilfe an, aber trotz alledem ist bei vielen Studenten immer noch diese Möglichkeit nicht bekannt. Und auch im wissenschaftlichen Mittelbau sind die Möglichkeiten da, ich sage mal, naja, zu, ich sage, ausbausfähig, dass das Know-how dazu da fehlt, dass man eben auch aus der Wissenschaft mit einer Gründung hinausgehen kann, basierend auf den Ergebnissen der Forschung. In Workshops zum Beispiel mit externen Partnern, wie den Hochschulinkubatoren, aber auch anderen, können bereits im Studium auch spannende Einblicke in die Startup-Welt Teil der Ausbildung sein und ich denke, auch die meisten, ich sage mal, aktuellen Studierendenschaft findet es sehr spannend, in so was mal reinzuschauen. Dadurch werden auch viele Methoden, die heutzutage relevant sind, wie Design Thinking, Lean Startup und andere Problemlösungs- und Planungsmethoden direkt am konkreten Beispiel erarbeitet und machen so, ja, ich kann man sagen, Lust und Spaß daran, da noch weiter dran zu arbeiten und entsprechende Real-Life-Herausforderungen auch mit diesen Methoden nachher zu lösen. Das war es von meiner Seite als Impuls. Ich freue mich auf die Diskussion und auf die Fragen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, liebe Tina. Wenn du so lieb wärst, zwei Schritte in meine Richtung zu kommen. Der Meta trennt uns hier. Ich möchte ganz kurz, ah, wir haben eine Frage, da starten wir doch direkt mit der Frage. Wenn ihr so nett wärt, wenn ihr hier nach vorne kommt, damit wir euch in der Kamera sehen können, mit dem Mikrofon einfach hier nach vorne treten. Ganz kurz sagen wir, ihr seid mit Vornamen und dann, ja, dreht euch doch mal um. Fantastisch. Eigentlich bräuchten wir zwei Mikrofone aus Hygienegründen, wenn das irgendwie möglich ist. Na ja, geht so. Gut, also. Ja, hallo, ich bin Johanna, ich bin vom KI Campus. Ich bin Simon, ich habe nachher einen Vortrag hier und ich komme vom KIT in Karlsruhe. Okay, eure Fragen. Du zuerst? Du hast gar keine Frage. Ach, du hast gar keine Frage. Na wunderbar, dann vielen Dank, liebe Johanna. Dann deine Frage. Also meine Frage ist, geht in die Richtung, wir hatten vorhin ganz viel darüber, Forschung muss offen sein, weil Wissen allen zur Verfügung stehen muss. Wie steht es im Konflikt, beziehungsweise im Spannungsfeld mit, wir wollen jetzt das Wissen, was wir in Forschung schaffen, kommerzialisieren? Also ich denke, da ist nicht zwingend ein Widerspruch, weil beides möglich ist. Wir haben ja jetzt schon sowohl Grundlagenforschung als auch mehr anwendungsbezogene Forschung. Und mein Impuls sollte auf keinen Fall jetzt den Ausdruck verleihen, dass man das eine zugunsten des anderen abschafft oder sowas, sondern das ist schon eine sehr gute Aufteilung, es ist auch beides zu tun. Man sollte aber schon für die Möglichkeit der Verwertung, die einfach immer schon mitdenken. Und im Grunde ist es ja auch eine Karrieremöglichkeit. Also wenn man jetzt als Studierender oder vielleicht auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter sich überlegt, wo man hin möchte langfristig und man hat spannende Ergebnisse auf der Forschungsseite generiert oder in einer Masterarbeit oder in einer Bachelorarbeit und möchte die jetzt weiterführen eigentlich und hat dafür in der akademischen Welt aber nicht die richtige Umgebung. Und eventuell auch gar nicht die Möglichkeit, weil es eben dann die Forschungssphäre verlässt. Es wird ja noch anwendungsbezogener. Und dafür ist eben eine Gründung ein sehr gutes Instrument, was leider immer noch vielen nicht wirklich als Möglichkeit bekannt ist. In welches Land guckst du? Guckst du nach links oder nach rechts auf der Weltkarte? Wenn du guckst, wo das viel einfacher schon heute der Fall ist, dass genau diese Kommerzialisierung schnurlos passiert. Ja, also da gucke ich tatsächlich in beide Richtungen, aber natürlich sind die USA da absolute Vorreiter. Aber wir haben auch andere Länder, vielen Dank für die Frage, wir haben auch andere Länder wie zum Beispiel Israel, in denen das besser funktioniert. Also es gibt schon einige Länder und auch kleinere Länder, die durchaus in der Lage sind, da eine schnellere Verwertungspfad aufzumachen für Ergebnisse der Forschung. Ich möchte mal nochmal bei dem Platz 18 von 27 anknüpfen, das ist ja irgendwie schockierend. Wir haben diese unglaubliche Exzellenz und Expertise und beim Transfer hapert es und bei der Vermarktung, hast du gesagt, sieht es noch schlimmer aus. Was sind die wichtigsten Stellschrauben, wo du sagst, da müssen wir ran, wenn wir diese Zahl ganz nach oben schrauben wollen? Ja, ich denke, da gibt es sehr viele, an denen wir arbeiten können. Eines ist davon natürlich ganz klar regulatorische Umgebung. Also wir haben natürlich gerade im Bereich künstliche Intelligenz ist das relevant. Ich weiß nicht, wiefern das bekannt ist, aber die Europäische Union arbeitet ja gerade an einer Regulierung für künstliche Intelligenz. Und es gibt noch viele weitere Regulierungen, die, ich sag mal, eine Gründung eher zu einem langfristigen Aufwand machen. Man muss definitiv Zeit mitbringen, man muss auch Ressourcen mitbringen, um eben diese Dinge zu durchlaufen und sich Rechtssicherheit zu erarbeiten, auch damit man sicher sein kann, dass man sowas gut auch durchstarten kann. Und das sind alles, ich sag mal, schon auch Hürden, die es an Gründungen nicht einfach machen. Und wenn man jetzt aus der Hochschule kommt, dann bedeutet das im Zweifelsfall auch, gehe ich jetzt hier natürlich in eine, ich sag mal, in eine risikohafte Situation, auch was meine eigene Existenz betrifft. Ich bin ja nicht dauerhaft abgesichert, ich habe kein festes Einkommen mehr im Zweifelsfall. Ich muss schauen, wie ich mich finanzieren kann und mein Unternehmen auch. Und das Ganze dann wiederum mit dieser Gefahr, dass das Ganze sehr lange dauert, ist auf jeden Fall eine Barriere. Du hast 2015 gegründet, wenn ich richtig informiert bin. Und zwar interessanterweise, damals wollte man dir immer E-Commerce überhängen als Gründung. Du hast gesagt, interessiert mich nicht, ich will Deep Tech gründen. Das hast du gemacht. Wenn du ein, zwei, drei Learnings hättest für heutige Studierende, die du aus dem heutigen Wissen, wenn du jetzt nochmal gründen würdest, mitgeben würdest, was wäre das? Ich denke, da wäre also auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat, nehmt Hilfe an. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Stellen, die unterstützen. Gibt es eine Plattform oder gibt es eine zentrale Stelle, wo man gucken kann, welche Hilfe für mich unter Umständen probat wäre? Ja, also es gibt verschiedene Online-Medien, die das schon ganz gut zusammenfassen. Sowohl öffentlich als auch privat. Da gibt es so etwas wie vom BMWi beispielsweise oder von der HIAK. Es gibt aber auch an fast jeder Hochschule inzwischen ein Gründungszentrum. Also ich würde wirklich dafür plädieren, da keine Scheu, einfach hingehen, fragen. Bei mir hat diese Erkenntnis, dass ich das auch wirklich tun möchte, hat eine gewisse Zeit gedauert. Und ich glaube, wenn ich früher in Kontakt gekommen wäre mit Leuten, die das auch kennen, die dazu auch eine Aussage machen können, dann wäre das auch schneller gegangen. Und das hätte mir gut getan. Also das wäre, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay, erstes Take-away. Was noch? Das zweite wäre auch eigentlich ein solches, sehr ähnliches, aber eine andere Zielgruppe. Ich würde auch versuchen, viel früher, und das würde ich auch unbedingt empfehlen, mit Wagniskapital in Kontakt zu kommen. Also nicht lange zu warten und erst mal am Produkt irgendwie rumzuschrauben, bis man sich damit wirklich so richtig wohl fühlt, sondern schon direkt möglichst früh in Kontakt zu gehen mit VCs, mit Business Angels, weil die in der Regel einen sehr, sehr guten Blick auf die Dinge haben. Die haben einfach wahnsinnig viel Erfahrung, die sehen ganz viele Projekte, ganz viele Teams, ganz viele Startups jeden Tag und die können sofort eine Einschätzung geben. Und selbst wenn man jetzt nicht danach mit Millionen auf dem Kommtot wieder rausgeht, hat man damit auf jeden Fall was gewonnen. Okay, vielleicht bleibe ich ganz kurz beim Thema, weil zum Thema zwei Fragen eigentlich. Das eine ist Frühphasen versus Spätphasengründung. Vielleicht kannst du da, wie sieht es da in Deutschland aus, dazu noch was sagen. Und das zweite, das Thema KI, leuchten da die VC-Augen? Also ist KI eigentlich ein super Thema oder Themenfeld auch, um VC-Kapital einzusammeln, egal zu welcher Phase? Ja, also es ist auf jeden Fall schon deutlich besser als 2015, wie du eben schon zitiert hast mit dem E-Commerce. Also 2015 war das Thema absolut neu für Investoren, zumindest in Deutschland. Und es war schon verrückt, dass wir eigentlich jedes Mal erklären mussten, was das eigentlich ist. Weil es hat einen Effekt, es hat einen Effekt aus dem Geschäftsmodell. Eine KI-Gründung ist anders als eine E-Commerce-Plattform-Gründung. Das hat zum Beispiel nicht innerhalb von wenigen Monaten extrem viele Benutzer, sondern ein ganz anderes Wachstum. Und da würde ich aber sagen, hat sich ganz, ganz viel getan. Also das sehe ich jetzt auch in meiner Arbeit mit den jungen Teams, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, die ich unterstütze, dass das deutlich besser ist. Also es gibt schon viele Investoren, die inzwischen das Thema auf dem Schirm haben. Klar, E-Commerce ist vielleicht auch einfach so ein bisschen vorbei. Und man muss ja auch Möglichkeiten finden, sein Geld anzulegen. Und da sind Deep-Tech-Themen inzwischen auf jeden Fall viel, viel mehr im Fokus. Und es gibt auch viele Investoren, die sich inzwischen wirklich gut damit auskennen. Und von dem Thema der Gründung und VC-Kapital zum Stipendium. Es gibt ja offensichtlich ganz gute GründerInnen-Stipendien in Deutschland. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei, drei nennen, wo man vielleicht auch mal Ausschau halten könnte. Und das andere, ja, vielleicht das mal als erste Frage. Ja gut, ich kann mir auch gar keine zwei merken. Nee, nee, die war daran gekoppelt, aber das ist eine Nachfrage. Ja, das ist super. Also es gibt tatsächlich einige Stipendien. Es gibt natürlich Stipendien oder Unterstützung auch aus dem privaten Sektor. Das mal ganz kurz vorneweg geschickt. Also wenn man beispielsweise in einer ganz bestimmten Branche unterwegs ist, zum Beispiel Energie, dann gibt es da Inkubatoren und Acceleratoren, die von großen Energieunternehmen geführt werden, in denen man auch Unterstützung bekommen kann, also branchenspezifisch. Aber es gibt auch die öffentlichen, ja, deutschen Stipendien. Da ist ganz, ganz entscheidend, zum Beispiel ganz bekannt ist das Exist-Gründer-Stipendium. Und das ist auch aus meiner Sicht ein wirklich sehr, sehr gutes Instrument. Das ist ja jetzt auch im Rahmen der KI-Strategie nochmal aufgestockt worden, das Exist-Programm. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung. Das Gründer-Stipendium ist relativ unkompliziert zu beantragen und wird dann an ein Team von maximal drei Gründern einfach privat direkt ausgezahlt. Also es ist kein Forschungsprojekt an der Uni oder sowas, sondern es geht direkt an das Gründerteam und finanziert deren Existenz für einen gewissen Zeitraum, den man Zeit hat, dann entsprechend sein Geschäft aufzubauen. Und das andere, zum Beispiel hier in Berlin gibt es noch das Berlin-Startup-Stipendium, das ist ganz ähnlich aufgebaut, hat aber halt einen Berlin-Kontext und läuft ein bisschen kürzer, ist aber auch ein sehr gutes Instrument. Also da gibt es schon einiges, wo Unterstützung da ist, auf die Gründe auch zurückgreifen können und sollten. Ich habe gehört, und das ist jetzt nicht First-Time-Information, ich habe es nur gehört, ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, dass es nicht so einfach ist, ProfessorInnen als MentorInnen für diese Stipendien zu gewinnen. Woran liegt das? Wie lässt sich das überwinden? Ja, das ist tatsächlich, das muss man jetzt kurz erklären, weil für das Exist-Gründerstipendium ist es notwendig, einen Professor aus dem Fachbereich als Mentor mit dabei zu haben, sonst kann man das nicht beantragen. Das heißt, die Teams sind gezwungen, einen Mentor mit reinzunehmen, was auch von der Förderlogik Sinn macht, weil es gut ist, so einen Mentor dabei zu haben natürlich. Wir haben aber schon hin und wieder mal festgestellt, dass es für Professoren eine deutliche Zusatzbelastung ist. Ich meine, die Professoren sind ja heutzutage, die sitzen nicht hier und drehen Däumchen, sondern die sind sehr, sehr stark beschäftigt und haben ja natürlich auch verschiedene andere Arbeiten im Fokus. Und da gehören jetzt Gründerunterstützungen nicht zwingend immer in die erste Reihe. Aber man muss auch sagen, es gibt sehr, sehr viele, die dafür sehr offen sind und sich auch stark dafür interessieren. Aljoscha, bist du so lieb gesetzt sich zu uns? Sie fällt, sie hält, sie hält. Ich habe eine Frage, aber als ich selber einfach, Tina, kann das auch damit zusammenhängen? Manchmal hat man ja so in der Universität so diese Haltung, Forschung sollte und Lehre unabhängig sein von der Industrie irgendwie oder dieser Traum. Man kann das da alles mit sich selber machen, ohne raus in die Welt zu gehen. Was natürlich in diesem Bereich, wo du eigentlich Daten und Use Cases von draußen brauchst, ein bisschen komisch ist. Aber kann das auch ein Teil des Problems sein, diese Haltung? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich könnte mir schon vorstellen, also es ist mir tatsächlich auch persönlich schon begegnet, dass ich mit Professoren gesprochen habe, die mir vorgeworfen haben, ich wolle ja nur Geld verdienen. Mal so ganz naiv einfach mal so in den Raum gestellt. Und da habe ich schon gemerkt, es gibt schon hin und wieder an Hochschulen eher so einen humanistischen Geist, der so ein bisschen verbietet, über Finanzielles nachzudenken. Und wenn man da auf so eine politische Einstellung trifft, dann kann das auch schwierig sein. Aber ich würde sagen, es ist nicht der Standard, dass Professoren politisch so eingestellt sind. Also das ist schon unterschiedlich. Aber vielleicht darauf auch noch mal aufsetzend. Die Herausforderung, wir haben gerade COP26. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht. Mir schwirrt der Kopf von den Nachrichten und dieses Gefühl von diesem unglaublichen Tunnel und dieser Zeit, die vor uns ist, um diese Klimawandel-Thematik überhaupt noch umzudrehen, damit hier nicht alles untergeht. Das ist ja momentan so ein Gefühl von, ich würde nicht sagen Panik, aber es ist doch das Ernst. Und die Herausforderungen sind wahnsinnig groß. Also ich könnte da jetzt sicher andere Themen hinterhängen. Wenn wir uns überlegen, wo unser Mindset heute ist, glaubst du nicht, dass die Chancen größer werden für so PPPs, Public-Private-Partnership und Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft, angesichts der Größe der Herausforderungen? Glaubst du eigentlich, das ist ein Einfallstor, dass sich genau diese Haltung weiter ändert? Ja, also das halte ich auf jeden Fall für einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil. Also wir haben das ja schon gesehen, wenn es PPPs gibt, dann sind die in der Regel auch sehr erfolgreich. Also beide Seiten können davon stark profitieren. Und wenn man sich darauf einlässt und eben nicht auf seiner, ich sag mal, auf seinem Revier sozusagen beharrt, sondern sich auch öffnet und entsprechend zum Beispiel auch Forschung schon mal ganz vorneweg einfach gemeinsam macht, dann ändert sich das natürlich. Also gerade auch, wenn man ganz vorne ansetzt, das ist, glaube ich, ein vielversprechender Weg und auch wichtig, dass eben die Forschung aus dem klassischen Elfenbeinturm auch mal hinabsteigt und sich in Forschung gemeinsam mit Industrieforschung beispielsweise begibt, um da auch mal kennenzulernen, was die Industrie umtreibt und wie man da zusammenkommt. Und tatsächlich ist ja auch inzwischen, also zum Beispiel in meinem Bereich der Computerlinguistik, ist ja definitiv ein Großteil der Forschungsergebnisse der letzten Jahre industrielle Forschung. Also was Google in den letzten Jahren an Forschungsergebnissen publiziert hat, das hat einfach die Welt verändert. Und da kommen viele akademische Forschungseinrichtungen tatsächlich ja in dem Tempo gar nicht hinterher. Also es ist für viele Institutionen aus beiden Bereichen, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt aufeinander zuzugehen. Ich komme noch mal zu einem Stichwort zurück, das poppte vorhin im Chat auf, nach dem Motto, wie sollen wir den Daten erheben, wenn alles noch so analog ist da draußen in der Lehre. Wir reden schon so lange über Digitalisierungsverankerung in Lehre. Heute ist das Thema KI. Ich frage jetzt nicht, wo du dir mehr davon wünschst, weil du hast dir an vielen Stellen mehr davon wünscht, kann ich mir vorstellen, sondern was sind für dich die wesentlichen Hebel, um Digitalisierung substanziell in Lehre noch stärker zu verankern mit der Speerspitzenthematik KI? Ja, also dazu muss man sagen, KI ist ja wirklich eine Speerspitze der Digitalisierung. Also KI braucht Daten, die müssen auch schon digital sein. Da kann ich auch aus meinem eigenen Unternehmen, was ich gegründet habe, ist mir das relativ häufig passiert, dass ich tatsächlich in Unternehmen kam, die wollten mein Produkt kaufen, hatten aber gar keine digitalen Daten. Also es war Kundenservice-Automatisierung und dann kamen die mit einem Sack voll Postkarten. Kann man auch digitalisieren. Also das funktioniert natürlich nicht, das ist klar. Also wir müssen diesen ersten Schritt, den müssen wir dringend zuerst machen. Und KI kann einfach erst dann ihre Wirkung entfalten, wenn wir die digitalen Daten haben. Also ich würde jetzt gerne was anderes sagen, aber ich schließe mich einfach komplett an. Also es ist de facto der notwendige Schritt, der jetzt passieren muss. Ja, aber es klingt nach massiver Grundlagenarbeit. Ja, das befürchte ich auch. Und was hast du gesagt, Alias? Hausaufgaben. Hausaufgaben, ganz altes Wort. Noch ein Stichwort zum Schluss. Thema Interdisziplinarität. Also das Stichwort raus aus den Elfenbeintürmen ist heute auch schon mehrfach gefallen. Florian Rampelt hat zu Beginn gesagt, Kollaboration. Wir müssen alle die Köpfe zusammenstecken. Wir haben gelernt, hier sind 50 Partner und Partnerinnen zugange beim HKI Campus, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Gibt es irgendein konkretes Beispiel, wo du sagen könntest, das ist so ein super Excellence Case, wo dieses Thema Interdisziplinarität aus deinem Bereich oder aus deinem breiten Erfahrungshorizont wirklich froschsprunghafte Fortschritte gezeitigt hat? Ja, also eigentlich denke ich, es gibt mehrere Bereiche, in denen sich künstliche Intelligenz gerade mit einem Anwendungsbereich sehr stark zusammenkommt. Das sehe ich ganz deutlich beispielsweise im Bereich der Medizin. Da gibt es gerade mehrere, also überall neue Initiativen im Bereich Digital Life Science, Digital Health. Und künstliche Intelligenz und Medizin gehen eine sehr, sehr starke Zusammenarbeit ein. Also ich finde, der Bereich hat ein enormes Potenzial und ist auch gerade in einer sehr, sehr interessanten Phase. Und deshalb gibt es auch an verschiedenen Institutionen gerade dazu auch spezielle Hilfsmittel, beispielsweise Acceleratoren oder Inkubator, die sich genau auf diese Dinge jetzt auch konzentrieren, weil eben da gerade es sozusagen so brodelt und daraus aus dieser Situation auch sehr viele spannende Start-ups entstehen. Aber es gibt auch noch andere Bereiche. Also ich sehe tatsächlich einen großen Bereich auch in der Energiewirtschaft. Da gibt es auch sehr viele, also ich kenne tolle Start-ups, die sich mit der Optimierung von Energieflüssen beschäftigen. Und das sind auch ja alles Themen, die so ein bisschen schon aus dem Nachhaltigkeitsthema auch angeregt werden, wo wir jetzt auch einfach einen enormen Bedarf haben. Und da hat KI definitiv auch einiges zuzuliefern. Also große Chancen, die wir durch diese Technologie da haben werden. Okay, und wo du schon so frank und frei sprichst über das alles, bist du eigentlich selber Mentorin in 1-zu-1-Beziehungen oder in 1-zu-10-Beziehungen oder so für potenzielle GründerInnen? Ja, bin ich tatsächlich auch. Ist jetzt nicht der Hauptteil meiner Arbeit bei Science & Start-ups, aber natürlich bin ich mit den Teams, die ich unterstütze, auch Mentorisch tätig. Okay, dann habe ich eine allerletzte Frage für dich, weil ich finde ja immer so toll, ich finde, man lernt so viel von den Studierenden. Also nicht nur wir haben irgendwas zu geben, sondern ich finde, ich lerne unglaublich viel von auch meinen Töchtern. Aber in die Richtung. Was ist das, was die Studierenden, was du von denen am meisten gelernt hast, die jetzt, was ist das, vielleicht ein kurzes Wort, eine ganz kurze Antwort. Die, die ich jetzt kennenlehre, also ich bin ganz, ganz beeindruckt von den jungen Teams, die jetzt in die Betreuung kommen bei uns bei Science & Start-ups. Die sind voller Begeisterung und wirklich in keinster Weise, ich sage mal, mit Weltuntergangsstimmung beschäftigt. Die beschäftigen sich mit diesen Themen, die uns alle angehen, aber sind der festen Überzeugung, dass sie etwas verändern können. Und das werden sie auch. Sie haben unglaublich gute Ideen, unglaublich gute Businessmodelle und wirklich tolle Produkte. Wenn das kein, nicht zum Wort zum Sonntag ist, wenn das kein Schlusswort ist von diesem tollen Vortrag und der schönen Diskussion. Vielen Dank, liebe Tina. Ja, jetzt herzlichen Dank auch. Tausend Dank. Und weiterhin Ärmel hochgekrempelt für die Gründungsphase mit diesem tollen Credo zum Schluss. Gehen wir jetzt mit Riesenschritten in eine Viertelstunde Pause und danach machen wir weiter. Und jetzt in einer idealen Welt hätte ich jetzt den Zettel, den richtigen Jahr. Und zwar um, ich glaube es ist dann 12.10 Uhr, starten wir mit dem Thema Individualisiertes Studienbegleiten des KI-E-Portfolio, E-Portfolio für die Eingangsphase in MINT-Studiengänge. Also wir schrauben die Schrauben weiter rein. Vielen Dank. Vielen Dank.